Hahahaha Na egal Aufnehmt du trotzdem noch So Leute, dann begrüße ich euch mal zum neuen SCP Containment Breach Dieses ist eine neue Ausgabe, erst gedownloadet vor kurz Dein Firmokletter mit New Game an Gespeichert haben wir nix Neben mir mein Co-Kommentator, Steve Yo Sag nochmal yo Halt Gott gehört Hier sieht man schon Die ganzen SCP Feature In dem Spiel vorkommen Und gleich wird uns der Experte hier in das Spiel einsetzen Das müsste eigentlich gleich anfangen Das ist auch immer so lange Bei dem Spiel von daher nicht wunderbar So Leute sind wir hier schon In diesem What the hell Was haben wir denn nie gewinnen Okay Was war das? Ich verkleine das Personal Okay Hey Jut Weiß Bescheid mal rein Oh 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 es ist das neue SZP also hier sieht man schon hier hat nicht so viele Möglichkeiten das ist nicht so eine Todesatmosphäre das ist nicht so eine Todesatmosphäre hier wie man eigentlich kennt die dort wird die Raum die Klammer von SZP hier normal auch unser guter Freund sie sind ja safe game eigentlich das ist ein das ist ein Moment Leute verdammt, das ist hier... was ist hier das Safe Game? naja Naja... So, jetzt... Geben wir gleich wieder auf die... Ah, was ist denn hier... Safe game? Naja... Naja... Fällst du die Kinder auf mich, Kollege? Ich... Okay... Was ist denn hier Safe game, Mann? Ah, super... Ja... Jetzt geht das wieder neu... Jetzt geht das wieder neu... Ich glaube, es geht schon wieder neu... Ich glaube, es geht schon wieder neu... Ich glaube, da wurde ich... Was ist das denn? Batterie... Äh... Was ist denn hier Safe game, Mann? Hallo... Ah... F5... Okay... Das brauch ich nicht oft zu heben... Das weiß ich nicht, was es ist... What the... Boah... Was... Woher soll ich das jetzt müssen? Wo war das jetzt? Woher soll ich das hin wissen? Woher soll ich das hin jetzt wissen? Strogenkasten... Ja... Ja... Wie kommen die jetzt durch? Ja, wie komm ich jetzt durch? Kumpel 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 die Kugel zu tun der Däden zu sind es ist das Raum Prozent 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 Fick dich doch ich bin sowas von dran gewöhnt und dieses alles können wir ja auch noch mhm das ist aussehen aus diesem alten game hier ich dachte erst das wär neu aber das ist ja alles noch vom alten ja Kaffee trinken Prozent ja jetzt aber hier ist es sie schon er ist gut oder so was ist es so los möglich sein dass es anderes ist das ist er 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 Leute entschuldige mich bitte ich es ihr nicht so gut auf englisch kann aber ich bin seit paar ich bin seit zwei Jahren genau aus der Schule raus und kann nicht mehr so gut englisch reden wir sind mit englisch jetzt ganz gut oder nicht mehr so der Liga der Hände gebildet es ist ja auch schon so ein Handy gebildet ja die gehen das ist ein ließes doch nicht an den Punkt der Formus jetzt das ist andersrum es ist jürgen es gibt keinen Bock zu laufen ich will nur noch mehr Batterien sind nur so scheiß was war das so viele brauche ich gar nicht so viele brauche ich überhaupt nicht so viele brauche ich überhaupt nicht ich stehe da eigentlich ein Fassbus gewinnt ne? ne? mit dem du brauchst du jetzt mal auf öhh klasse man kann das hier stehen ganz klasse wut der fack man kann das hier stehen wut der fack wut der fack wut der fack wut der fack das ist ein Tor die Kiel hier sind und wie sie wollen wir um dieses Grund also wenn sie neue Versionen SPS müssen ich bin als gewöhnt ist hier übrigens den Nebel schrauben Komo Aber, da muss es ja eigentlich auch ein bisschen krasser sein, in der Mauerweise. Hm, komm mal hier dann. Okay. Okay, hier so ein sinnloser Raum. Ist auch wie nichts. So, noch was, was irgendwie, was sie noch wecken könnte. Und die Musik, die Verräume, die verräumt. Das ist einfach zu viele Räume. Scheine aber nicht fröhlich zu sein. Oh! Ja! Oh! 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 so f*** doch der Wiese ok, laut der Sprache die ich jetzt erkannt habe der jetzt sämtliche es ist besser wachen lassen er hat mir irgendwie zu machen blöd gelabert ja das ist jetzt weg bis die beiden maschinen okay es ist ein bisschen dunkel die 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 das eigentlich ich brauche das zu tun so so wo ist jetzt hier ein kaffee heute mal du bist wo kommen sich auf kaffee holen äh leute es kommt demnächst kommt dann noch eine folge von von slender 7 street ich leide dieses video allerdings noch vor slender hoch wo weiter jetzt wird zumal allerdings sind es auch erst dann was selbst mit dem ich nämlich auch so ein kurkant oder der Karte mit die Frise hält hier ich hier läuft irgendwas es ist doch die Sattel läuft irgendwas was die Kuppe kommt ich sag dir läuft was Was ist das für Spiegel? Was ist das für Spiegel? Was ist das für Spiegel? Das ist mir relativ regen. Ich gehe sowieso über. Von daher. Dunkel. Noch ein WC. Kommt da bitte jemand liegt. Hör mal auf deinen, hör mal auf deinen komischen Turnhuts machen. Aber hier läuft irgendwo was. Hier soll ich glaube ich vordern nicht sein. Die Tür ist auf, das ist nicht gut.